Hallo und herzlich willkommen zur Critter Videoreihe. Hier lernt ihr den Umgang mit dem Programm, ihr lernt hier auch die Funktionen kennen, ich gebe euch auch nützliche Tipps und Tricks und vieles mehr und in diesem ersten Video steigen wir erstmal damit ein, dass ich euch zeige, wie ihr euch euer Critter überhaupt einrichten könnt, so dass es wie bei mir ist im Endeffekt, dass ihr meinen Tutorials auch besser folgen könnt, aber auch, dass ihr einfach versteht, wie das Programm aufgebaut ist und gegebenenfalls euch das Ganze so anpassen könnt, dass ihr am besten damit arbeiten könnt einfach. Ihr seht es, ich habe Critter bereits geöffnet, das Wichtigste also zuerst sieht aus, als hätte ich das Ganze auf Englisch eingestellt natürlich, denn ich benutze jede Software auf Englisch, auch wenn meine ganzen Tutorials auf Deutsch sind und ich viele Begriffe auch übersetze, so benutze ich jede Software eigentlich auf Englisch, das hat einfach nur den Grund, dass ich in der Games-Branche arbeite und das ist nun mal unsere Branchensprache. Des Weiteren gefällt es mir einfach besser, weil wir dadurch weniger Übersetzungsfehler haben und es gibt deutlich mehr Tutorials online, wenn man etwas sucht für die ganzen Befehle und sowas. Deswegen rate ich euch stark, das Ganze ebenfalls auf Englisch zu stellen, dann könnt ihr auch meinen Tutorials immer besser folgen. Wir gehen dazu hier einmal auf Settings oder in eurem Fall eventuell Einstellungen oder sowas und das zweite von unten, Switch Application Language, wahrscheinlich irgendwas mit Sprache ändern, da draufklicken und dann seht ihr hier, könnt ihr euch auswählen, es gibt raufenweise Sprachen. Wahrscheinlich steht es bei euch auf Deutsch und ihr könnt hier ganz oben links auf American English wählen. Beide Sprachen in dem Fall könnt ihr einfach umstellen eigentlich und dann einmal OK drücken. Wenn es jetzt bei euch nicht direkt übernommen wurde, dann müsst ihr einmal kurz Kriter neu starten, dann sollte das eigentlich gehen. Ich habe recht viele Änderungen am Programm vorgenommen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt gar nicht so sichtlich sind, aber keine Sorge, wir werden die Menüs jetzt in diesem Tutorial zusammen durchgehen und dann werde ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr also euer Kriter öffnet, sollte es ungefähr so aussehen wie bei mir jetzt. Ich glaube, wenn man hier ganz oben rechts auf Workspaces geht, dann steht es hier auf Default. Genau, das hatte ich gewählt. Das ist so die Standardeinrichtung normalerweise. Die ist schon so eigentlich ganz gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer mit Photoshop arbeite, deswegen passe ich mir Kriter so ein bisschen mehr an, dass es wird wie Photoshop praktisch. Zumindest von dem ganzen Ausrichtung her. Und wie gesagt, ich hatte das ja schon in den Photoshop Tutorial damals erwähnt gehabt. Wenn ihr Linkshänder seid, dann macht das einfach alles spiegelverkehrt, wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich zeige euch, wie ihr erreicht, dass euer ganzer Arbeitsplatz so eingerichtet wird wie meiner. Aber ihr macht das dann einfach auf die andere Seite jeweils. Sprich, diese Toolbar hier ist dann rechts und alles, was rechts ist, ist dann links. Ist eigentlich kein großes Thema. Zuerst werden wir uns ansehen, wie Kriter überhaupt aufgebaut wird. Es gibt eigentlich zwei Elemente. Es gibt einmal zwei Toolbars. Eigentlich ist es eine lange hier oben, aber sie ist in zwei Elemente aufgeteilt. Die geht nämlich nur bis hier hin, bis zu diesem Feld. Und ja, das ist diese kleine Toolbar hier und ab hier diese lange. Wir können die auch ausblenden, indem wir auf Settings gehen. Toolbars shown. Das sind diese beiden hier. Wenn wir die jetzt beide ausblenden, dann sind sie beide weg. Wir können auch genauso die wieder einblenden. Dann wisst ihr nämlich direkt, was ich meine. So ist das hier aufgebaut. Und der andere Teil des Programms sind Dockers. Die werden Dockers genannt. Das sind im Endeffekt alle Fenster, die hier drin offen sind. Also wie dieser Color Selector und die Layers und auch hier diese ganzen Pinsel und sowas. Und die findet ihr auch unter Settings. Hier Dockers. Die, die gerade angehakt sind, das sind die, die gerade aktiv sind und die angezeigt werden. Toolbox zum Beispiel ist das hier links. Da sind eure ganzen Tools drin, die ihr auswählen könnt. Keine Sorge, dazu kommen noch alle so separate Tutorials, wo wir das alles durchsprechen werden. Aber allgemein sind das jetzt die Sachen, die nun aktiv sind. Wir werden uns das Ganze ein wenig einfach machen. Ich werde euch erst mal zeigen, was man überhaupt in diesem Programm alles machen kann. Es ist sehr, sehr customisable. Das heißt, ihr könnt es, also sehr anpassungsfähig. Ihr könnt es so anpassen, wie es euch gefällt, indem ihr einfach nur die Fenster verschiebt, wohin ihr das auch immer möchtet. Nehmen wir zum Beispiel hier die Brushes. Das sind die Brush Presets. So werden sie hier genannt. Wenn wir die hier am Namen packen, können wir das ganze Fenster einfach rausziehen. Ihr könnt das überall unterbringen. Ihr könnt es mitten auf dem Bildschirm lassen und hier zeichnen. Ihr könnt es aber auch andocken. Deswegen auch der Name. Diese Dockers sind deswegen so benannt. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier in die obere Leiste die Brushes ziehen. Das hat natürlich was. Wir können uns das Ganze auch skalieren, sodass wir nur eine Leiste haben. Und das ist zum Beispiel schon recht intuitiv und ansehnlich, würde ich meinen. Wir können aber auch das Ganze unten machen. Überall, wo Platz ist in diesem Programm, wo diese Leiste hier erscheint, kann man das eigentlich machen, dass ihr diese ganzen Fenster andocken könnt. Ihr könnt auch mehrere Fenster ineinander schmeißen. Das geht auch. So wäre zum Beispiel, so ähnlich zumindest, wäre mein ZBrush-Layout. Ich benutze da die Brushes immer unten und so könnte ich zum Beispiel auch in Gritter recht gut arbeiten. Aber ich richte mir mein Gritter meistens so ein bisschen nach Photoshop-Vorbild ein, sodass ich die Programme sehr, sehr ähnlich habe, sodass ich nicht bei jedem Zeichnen oder jedes Mal, wenn ich irgendwie zwischen den Programmen springe, immer umdenken muss, wo sich was befindet. Deswegen so viel als Beispiel praktisch. Ihr könnt auch alle Fenster immer skalieren und anpassen, euch zurechtziehen, wie ihr das möchtet. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind skalierbar. Man kann sie aufziehen. Sie skalieren auch mit von den Icons und sowas. Das seht ihr hier. Das war früher ein bisschen anders. Das ist heutzutage alles sehr viel einfacher. Und ihr könnt die Fenster auch schließen, indem ihr einfach draufklickt. Hier haben wir zum Beispiel Layers. Wenn wir hier auf das Kreuzchen gehen, ist es weg. Channels auf das Kreuzchen und es ist weg. Es ist so einfach, wie es tatsächlich hier aussieht. Ihr könnt Gritter super einfach anpassen. Ihr könnt auch alles wegklicken. So ist das Programm aufgebaut. Ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, dass ihr etwas kaputt macht, denn ich zeige euch ja, wie das Programm aufgebaut ist und somit könnt ihr jederzeit auch wieder alles wiederbringen. Wenn ihr hier auf Settings geht, finden wir hier die Dockers. Ihr seht, die wurden jetzt einfach ausgehakt. Zum Beispiel habe ich ja gerade Layers geschlossen. Wenn wir hier das Häkchen setzen, ist Layers wieder da. Das sind unsere Ebenen. Oder auch hier mit dem Advanced Color Selector. Auch der ist dann wieder da. Der ist jetzt in diesem Reiter drin. Da müsst ihr halt eben kurz umschauen. Und ja, da ist er. Kann man sich hier anpassen, skalieren und so weiter. So, nachdem das geklärt ist, jetzt wisst ihr praktisch, wie dieses ganze System von Gritter aufgebaut ist. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Sachen ineinander werfen, dass Reiter entstehen, so wie in diesem Fall. Wir könnten hier zum Beispiel immer am Namen packen, Overview hier rausnehmen. Wir könnten aber die Layers nehmen und in dieses Color Wheel schmeißen. Das geht auch. Zack. Und somit haben wir die beiden hier als Reiter nebeneinander. Und können nun hin und her schalten. Wir machen uns das Ganze jetzt etwas einfacher. Wir gehen hier nochmal auf Workspaces. Und dann wählen wir hier einmal Big Paint. Das Erste. So, einmal irgendwo hinklicken, damit das abgewählt wird. Und schon ist es eigentlich hier rechts so aufgebaut, wie ich das mag. Hier links diese Leiste. Normalerweise ist die ja so. Skaliert sie einfach so weit nach links, dass ihr nur noch eine Leiste habt und sie nicht so viel Platz wegnimmt. Es reicht, wenn alle Symbole hier in diese Leiste passen. Und dann habt ihr es eigentlich schon eingerichtet. Wenn ihr Rechtsklick irgendwo hin macht, hier auf diese Symbole, egal auf welches, dann öffnet sich diese Tabelle und dann könnt ihr die Größe der Symbole wählen. Ihr könnt sie euch ganz groß skalieren. Ihr könnt sie aber auch ganz klein machen. Bei mir ist es 22x22. Das ist ganz gut für meine Monitorgröße. Und dann presse ich das eben alles so ein bisschen an die Seite, sodass ich hier diese schmale Liste habe im Endeffekt. Im Photoshop habe ich das Ganze so, dass bei mir der Color Picker da ist, dann die Brushes und dann die Layers. Das heißt, hier ist es einfach nur vertauscht von den Plätzen her. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Brush Presets, holen sie da raus und dann ziehen wir die hier zwischen. Zack. Und schon ist es eigentlich fertig. Wir skalieren uns das Ganze einmal um. Ich finde so eine, zwei, vielleicht höchstens drei Leisten reichen eigentlich aus, um eure Brushes dann zu selektieren. Man braucht gar nicht so viele Leisten, denn wenn wir an einem echten Werk arbeiten, werden wir nicht so oft die Brushes wechseln. Wir werden aber viel mehr Layer haben. Das heißt, wir brauchen unten mehr Platz. Und ja, natürlich auch hier anpassen. Wir brauchen jetzt nicht diesen Riesenplatz, um dieses Color Wheel darzustellen, sondern wir skalieren uns das schön zurecht. Apropos Color Wheel, eben noch davon gesprochen. Ihr könnt hier draufklicken, auf dieses Listen-Symbol und dann öffnen sich die Optionen von dem Color Wheel. Ihr könnt hier wählen, welche Art von Color Wheel ihr überhaupt haben möchtet, indem ihr einfach hier diesen Pfeil klickt und dann könnt ihr aussuchen, was euch gefällt. Ich würde normalerweise dieses hier nehmen. Ich zeige es euch mal eben. Das wäre so ziemlich wie in Photoshop. Naja, zumindest ziemlich ähnlich. Aber mir gefällt halt nicht, dass man den Slider hier oben hat. Ich bin den so ein bisschen an der Seite gewohnt wie in Photoshop und hier meiner Meinung nach verschwendet man ein bisschen zu viel Zeit. Es geht auch, also dieser Space hier zwischen unten und Mitte ist halt nicht optimal genutzt für die Farben. So müsste man das Ganze so ein bisschen rausziehen, damit die Range besser stimmt. Und ja, das gefällt mir einfach nicht so gut. Deswegen nehmen wir hier die Variante, die ich vorher hatte. Das ist so die zweite Variante hier. Und wichtig ist, dass das Ganze auf HSV eingestellt ist. So, dass es diese Color Mode, den wir dabei verwenden, einfach auf HSV stellen. Es sollte dann stimmen. Es gibt verschiedene weitere Optionen, zum Beispiel hier Color History. Wenn ihr hier das Häkchen gesetzt habt, normalerweise ist es glaube ich drin. Und Colors from the Image müsste eigentlich auch normalerweise drin sein. Und jetzt bestätige ich mal mit OK. Und jetzt seht ihr, die Farben, die ich bereits gepickt habe, werden hier zum Beispiel angezeigt. Wenn ich jetzt Blau nehme und ich zeichne, dann addet der wieder diese Farbe on top sozusagen, dass sie dazu kommt. Wenn ich hier Rot wähle und nochmal zeichne, dann könnt ihr beim nächsten Mal, jetzt nehme ich wieder das Blau und brauche es nicht zu picken und es ist exakt das gleiche Blau. Wenn ihr damit arbeiten möchtet, könnt ihr das machen. Ich brauche das eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen stelle ich diese Color History komplett aus und auch hier alles aus. Ich mag es halt recht simpel in solchen Programmen, sodass ich die totale Kontrolle praktisch habe, wie und wo und wann ich was selektiere und wie das Ganze auch aufgebaut ist. Compositions benutze ich gar nicht, deswegen mache ich das weg und die Undo History brauche ich in dem Fall eigentlich auch nicht. Deswegen ebenfalls weg, sodass nur noch Layers bleibt. Es gibt noch ein paar Einstellungen, die ich vorgenommen habe, die ich euch jetzt zeigen werde, die ein bisschen komplexer sind, aber keine Sorge, ist jetzt auch nicht zu komplex. Und zwar, ich brauche halt diese Leiste hier eigentlich nicht. Neues Dokument, hier neue Projekte oder Speichern oder irgendwie sowas oder Undo und Redo. Ich mache das alles immer mit Shortcuts. Deswegen gehe ich hier einmal auf Settings, Toolbars und setze File einfach mal auf Aus. Somit haben wir das Ganze wieder versimpelt und es ist halt einfacher, so sich zurechtzufinden, finde ich zumindest. Ihr könnt das natürlich alles so machen, wie es euch zusagt. Das ist jetzt keine Pflicht, da so einzustellen, aber ihr werdet halt meinen Tutorials einfacher folgen können, wenn ihr vor allen Dingen Anfänger seid, wenn ihr das so ähnlich habt wie ich. Dann gucken wir uns jetzt die Themes an. Die Themes, das sind so die Helligkeiten oder der Look von dem Programm selbst. Ich habe es auf Critter Darker. Vielleicht sieht euer Critter ein bisschen anders aus. Stellt es auch auf Darker, das wird euren Augen gut tun. Wenn ihr viele Stunden von dem Rechner verbringt, ist das die beste Option so ziemlich. Normalerweise, wenn ihr Breeze Dark einstellt, sieht das Ganze so aus. Halt ein bisschen beleulicher tun mit drin. Oder wenn ihr High Contrast einstellt, dann ist das Ganze, ja, hat einen höheren Kontrast. Oder, ja, es gibt halt haufenweise, könnt zum Beispiel auch Critter Blender. Dann ist es wie die Blender-Oberfläche, also aus dem Blender-Programm, nur halt in Critter oder Critter Bright. Das müsste jetzt ganz hell sein, genau. So voll die helle Oberfläche. Ich finde, das hier, das wirkt schon auf die Augen, wenn man davor sitzt. Man merkt das direkt. Deswegen stelle ich das auf Critter Darker. Das ist so ziemlich das Dunkelste und für mich halt einfach die beste Wahl. Somit wisst ihr auch, wie ich diesen Look hier erreicht habe. Ansonsten wäre noch wichtig. Das mit den Resources, das machen wir in einem anderen Tutorial. Da geht es dann um Brushes und sowas. Ist auf jeden Fall auch wichtig. Auch hier die Brush-Tags und sowas. Wir werden das alles noch behandeln. Ich werde euch alles davon erklären. Also keine Sorge, das kommt dann in den kommenden Videos einfach. Sonst würde es den Rahmen hier einfach springen von diesem Video. Des Weiteren haben wir hier unter Configure Critter Optionen. Da sind die Programmoptionen schlechthin. Da müssen wir auch tatsächlich einmal rein. Ich werde euch hier auch die Fix-Variante einmal zeigen, wie euer Critter am besten praktisch funktioniert. Aber was hier wichtig ist, sind diese Tool Options Location. Normalerweise ist das in Docker eingestellt. Das bedeutet, eure Tool Options, wo eure Stabilisatoren und sowas sind, von dem Stift etc. werden normalerweise neben dem Color Picker als Extra-Reiter angezeigt. Ich habe das umgestellt in Toolbar und da steht es auch nochmal drüber. Needs Restart. Ihr müsst dabei euer Critter einmal neu starten. Also das wählen, OK drücken und einmal neu starten. Und dann sollte es umgestellt sein. Und das bewirkt eigentlich, dass eure Options hier oben erscheinen in dieser Toolbar hier. Werde ich euch gleich zeigen. Wobei, ich kann es eigentlich auch direkt machen. So, das sind die Brush-Einstellungen und links daneben direkt, das ist diese Options-Toolbar. Ich habe es lieber hier. Ich weiß nicht, es ist halt für mich ein bisschen angenehmer anstatt in einem Reiter als Docker irgendwie. Finde ich einfach besser gelöst. Deswegen habe ich es da hingepackt. So viel dazu. Machen wir einfach mal weiter. Was gibt es hier noch? Das ist eigentlich so standardmäßig. Da habe ich nichts verändert. Ansonsten gibt es noch ein paar wichtige Sachen, die ich vielleicht erwähnen sollte. Die ganzen Keyboard-Shortcuts und sowas. Ich habe hier die Shortcut-Schemes auf Photoshop kompatibel gestellt. Ihr habt hier verschiedene Varianten. Wenn ihr zum Beispiel per Intool Polizei gewöhnt seid oder irgendwie sowas oder wie in meinem Fall Photoshop, könnt ihr das dementsprechend einstellen. Das hat den großen Vorteil, dass ich komme ja eigentlich von Photoshop, dass ich dieses Programm genauso nutzen kann, ohne große Sprünge zu machen. Aber auch, dass ihr meinen anderen Tutorials folgen könnt, obwohl sie in Photoshop erstellt wurden. Könnt ihr das Ganze dann mit Critter nachmachen und sowas. Das heißt, wenn ihr eure eigenen Critter-Shortcuts benutzen wollt, ist das alles kein Problem. Aber ich habe es halt auf Photoshop kompatibel und kann es natürlich auch für euch empfehlen. Und ansonsten auch hier bei Canvas Input habe ich auch ebenfalls auf Photoshop kompatibel gestellt. Ich habe es halt einfach wie Photoshop eingestellt im Großen und Ganzen. Und ja. Bei Display gibt es jetzt die Fix-Sachen, die ich eben erwähnt hatte. Das sind so die Sachen, die aktuell für mich funktionieren. Ich gucke mal eben, welche Version wir von Critter haben, damit ihr auch Bescheid wisst. Denn das ändert sich immer. Das kann man immer nicht versprechen, dass es genauso bleibt. Wir sind aktuell auf der Version 4.2.8. Es ändert sich ständig. Ich gehe gar nicht davon aus, dass es in Zukunft irgendwie noch so lösbar sein wird. Aber für den Moment zumindest, für die Version 4, könnt ihr diese Settings übernehmen, dass es gut funktioniert. Das ist natürlich auch so ein bisschen von eurer Grafikkarte abhängig. Standardmäßig steht es auf OpenGL, glaube ich, oder auf Auto OpenGL. Direct 3D 11 via Angle ist der Fix im Endeffekt. Und dass ihr hier die Canvas Graphics Acceleration habt, funktioniert mittlerweile. Ich glaube, in meinem letzten Fix-Video habe ich gesagt, dass man das aushaken muss. Mit dieser neueren Version geht das. Zumindest mit meiner Grafikkarte und meinem System hier. Ansonsten bitte einfach gucken, was ich so eingestellt habe. Ihr müsst da so ein bisschen selber auch rumprobieren. Das ist, wie gesagt, bei jedem so ein bisschen anders. Und ich habe hier auch dieses Enable Curve Infantializing. Das habe ich angehakt. Der Rest ist aus. Somit läuft mein Critter immer butterweich. Deswegen sind das für mich ganz gute Settings. Zumindest für den Moment. Also mit der Version funktioniert das. Das Color Management. Da müsst ihr eigentlich nicht viel verändern. Das ist standardmäßig schon ganz gut eingestellt. Display. Das sind die Farbprofile für ein Display, die Critter verwendet. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ich benutze allerdings Critter meist zum Sketchen. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das sich in Paintings auswirkt. Das müsste man mal testen. Eventuell sollte man da sein eigenes Farbprofil einladen. Aber für Anfänger ist es sowieso nicht so relevant. Dann kommen wir zu Performance. Hier habe ich halt wie in Photoshop 60 Prozent eingestellt. Standardmäßig ist es, glaube ich, auf 40 oder 50 eingestellt. Gebt dem Ganzen ruhig ein bisschen mehr Saft, ein bisschen mehr Power. Das ist im Endeffekt die Prozentzahl, wie viel Arbeitsspeicher eures Computers dieses Programm benutzen darf. Gebt dem Ganzen 60 Prozent. Das ist eine gute Zahl. Wenn man viel weiter darüber geht, dann könnt ihr andere Applikationen nicht laufen lassen, wie zum Beispiel Spotify, um ein bisschen Musik zu hören oder Escort oder sowas, weil diese ja auch immer so ein bisschen Speicher mit einnehmen. Da müsst ihr mal gucken, wie viel für euch noch okay ist. Bis 70 würde ich noch gehen, aber 60 Prozent ist für mich immer eine ganz gute Zahl. 50 war mir allerdings zu wenig. Also von 50 habe ich hochskaliert auf 60 im Endeffekt. Ansonsten, ja, die CPU-Kerne, das ist wie gesagt, das ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders. Da könnt ihr das Ganze eben so einstellen, wie es für euch ist. Ich habe hier dran eigentlich nichts verändert. Das sind so die Standardeinstellungen für meinen Rechner. Und ich habe hier Disable All Vector Optimizations für AMD CPUs noch angehackt. Ansonsten ist hier nicht viel verändert worden. Ihr könnt zur Not immer anhalten und gucken, wie bei euch die Häkchen gesetzt sind. Das ist vielleicht noch wichtig. Tablet, ich benutze ein Intus, Wacom Intus Pro. Und da ist es halt so, dass man Windows 8 Plus Pointer Input am besten nutzen sollte. Also euer Brush Stroke nicht mehr laggt in dem Programm. Wenn ihr da ein bisschen genaueres wissen wollt, dann geht einfach zu meinen Fixed-Videos zu Critter. Und dann könnt ihr euch das Ganze da nochmal ansehen. Hier ist ansonsten eigentlich nichts mehr so richtig wichtig. Ihr könnt euch hier als Auto eintragen. Ihr könnt eure Daten eingeben. Und dann wird das jedes Mal in die Datei geschrieben, wenn ihr sie speichert. Ich brauche das persönlich nicht wirklich. Deswegen lasse ich das komplett aus. Und hier ist halt der Color Selector. Diese ganzen Options hatten wir vorhin schon durch die Liste erreicht. Hier kann man das eben halt auch direkt von hier aus erreichen. Und ansonsten haben wir hier den Plugin Manager. Da müsst ihr nicht viel machen. Das stimmt eigentlich alle so. Es gibt noch ein Gimmick, QT Integration. Ein Gimmick ist kompliziert zu erklären. Für Anfänger braucht ihr das nicht unbedingt. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Es gibt auch eine Webseite und sowas. Aber es ist fürs Painten und Zeichnen und so weiter eigentlich recht irrelevant. Deswegen lassen wir das erstmal aus. Im Großen und Ganzen ist das schon, glaube ich, fast alles. Es gibt noch eine Sache, die ich, glaube ich, verändert hatte, die standardmäßig nicht so ist. Und zwar habt ihr wahrscheinlich hier nur Opacity und Size. Ihr habt wahrscheinlich keinen Flow oder sowas. Und ihr könnt zwar, wenn ihr hier auf die Pfeile geht, jedes Mal das Ganze wechseln. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Plus und dann ist es hier auch Size. Aber das ist halt keine Lösung, weil ihr trotzdem immer noch zwei von drei habt. Also müssen wir es irgendwie erreichen, dass die dritte Variante hier mit erscheint. Und das ist ein bisschen schon komplexer zu lösen, aber immer noch, denke ich, sehr nachvollziehbar. Ihr könnt hier auf Configure Toolbars gehen. Das ist halt eines über den Toolbars. Da klickt ihr einmal drauf und hier könnt ihr die beiden Toolbars wählen. Main Toolbar ist die Files Toolbar und Brushes & Stuff ist die andere Toolbar, die wir halt brauchen. Und ihr seht es hier, diese Brush Options Slider. Da werden bei euch eins und zwei drin sein, der dritte nicht. Sucht bitte einfach hier unter B. Ihr könnt das auch filtern. Gebt hier einfach Brush Options Slider 3 ein, so wie es hier geschrieben ist, in dieses linke Feld. Und dann werdet ihr es finden. Und dann drückt ihr den Pfeil einmal nach rechts, dass es zu Current Actions hier rein wechselt. Dann drückt ihr einmal OK und dann sollte es geklappt haben. Dann habt ihr alle drei Varianten. Und so könnt ihr sie euch auch sortieren. Also ihr könnt jedes Mal hier auf den Pfeil klicken. Wenn ihr zum Beispiel Flow an erster Stelle haben wollt, drückt ihr hier Flow. Dann könntet ihr hier zum Beispiel Size wählen und hier Opacity. Ich habe das gerne so, dass ich das so ein bisschen mehr auch wie in Photoshop habe. Opacity, dann Flow und dann halt hier Size. Die Brush Größe im Endeffekt. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Im Großen und Ganzen war es das. War jetzt auch recht umfangreich, denke ich. Aber das waren nur die Basics, wie das Programm überhaupt aufgebaut ist. Und jetzt seid ihr eigentlich schon fast bereit, damit zu arbeiten. Wir müssen halt noch die Brushes besprechen und halt die Ressourcen noch managen und sowas. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist im Endeffekt unseren Workspace zu speichern. Dafür gehen wir einmal hier ganz oben rechts nochmal auf Workspaces. Und dann geben wir hier Insert Name ein. Ich nenne es jetzt in meinem Fall einfach Tutorial. Ihr könnt das Abesho reinschreiben. Ihr könnt auch mein Workspace reinschreiben oder euren Namen oder wie auch immer. Was ihr möchtet im Endeffekt und drücken einmal auf Save. Und wenn wir jetzt hier in die Liste durchgucken, dann sehen wir hier ist unser Workspace. Jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwas verstellen, also wenn ich jetzt auf Minimail zum Beispiel gehe, dann können wir immer wieder zu unserem Workspace zurückkehren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch schon mal geholfen. Ansonsten abonniert auch bitte den Kanal, falls ihr mich noch nicht kanntet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.